Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wieder mit einer Destillation und diesmal wieder mit einem sehr ungewöhnlichen Destilliergut, nämlich der Salatgurke. Wie kommt man auf so eine seltsame Idee? Nun ja, ich habe ja vor einiger Zeit mit alkoholfreiem Gin herum experimentiert. Das Video dazu verlinke ich euch rechts oben in der Infokarte. Bei meinen Recherchen bin ich auf ein paar Rezepte gestoßen, die beim Gin selbst Salatgurke mit dabei hatten. Sowohl in der Maseration als auch dann in der Destillation. Ich fragte mich, was das für eine genaue Bedeutung hat, habe dann selbst ein bisschen herum experimentiert, indem ich Gurkenscheiben in Wasser gelegt habe, habe festgestellt, die geben doch etwas an Geschmack ab, das Wasser schmeckt dann eindeutig nach Salatgurke. Und deswegen wollte ich der Sache nun auf den Grund gehen, ob sich Salatgurke auch per Wasserdampfdestillation von ihren Aromen und Geschmackstoffen befreien lässt und diese dann im Destillat landen. Wirklich viel Verwendung gibt es für so etwas natürlich nicht. Man kann Gurkeneiswürfel daraus machen oder das Gurkenwasser einfach so trinken. Einen tieferen Sinn hat das Ganze nicht. Es geht rein um das Experiment und um den Erkenntnisgewinn. Die Gurken werden natürlich kleingeschnitten, entsprechend in die Kolonne gefüllt. Pflanzmaterial abwiegen brauchen wir heute nicht, da wir ja keine Ölausbeute errechnen müssen. Während ich da vorbereite und die Destillation läuft, gibt es für euch wie üblich ein paar Detailaufnahmen. Musik 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 Am Ende der Destillation sieht es in der Kolonne nun so aus. Die Gurke hat etwas an Farbe verloren, sieht sehr durchgeschmort aus oder gedünstet. Ja, ist ja auch das, was passiert ist. Der Wasserdampf ist durch die Gurkenschicht durchgedampft, bei 100 Grad zerstört das natürlich das Pflanzenmaterial und die Gurke wird entsprechend zerkocht. Interessanter ist natürlich, ob das Experiment an sich geklappt hat, ob das Gurkenaroma nun im Destillationswasser mit herübergekommen ist. Das Wasser riecht schon sehr nach Schmorgurke, genau so wie man es kennt, wenn man eine Salatgurke beispielsweise in einer Pfanne anbrät. Geschmacklich ist das Ganze nicht so der Bringer, der Geruch ist bei Weitem besser. Schmeckt irgendwie, ja, modrig, nicht besonders lecker. Und damit sind wir auch am Ende angelangt. Wir können zu diesem Experiment sagen, dass es grundsätzlich möglich ist, Gurke zu destillieren. Ob es Sinn macht, sei jetzt einmal dahingestellt. Ich persönlich sehe hier keine großen Anwendungsgebiete, wo man das wirklich auch in der Praxis sinnvoll einsetzen könnte. Wie gesagt, kommt Salatgurke teilweise in manchen Gin-Rezepten vor. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei all den anderen Kräutern, die hier mit in der Destille sind, das Gurkenaroma wirklich ausschlaggebend durchkommen wird. Der Wacholder überdeckt im Normalfall sowieso alles. Es ist eine nette Spielerei, es einmal mit einer Salatgurke in der Kolonne zu probieren. Man muss es nicht tun, man kann es versuchen, aber die Welt geht auch nicht unter, wenn man es nicht versucht. Vom destillierten Wasser mit Gurkenaroma bin ich, wie gesagt, sehr enttäuscht. Geschmacklich kann es überhaupt nichts. Geruchlich riecht es wie geschmorte Gurken aus der Pfanne. Ja, einen Versuch war es wert. Jetzt wissen wir mehr. Wiederholt wird dieses Experiment definitiv nicht mehr werden. Das war es dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet auch für euch etwas mitnehmen und kommt vielleicht auf die Idee, das ein oder andere ausgefallene Pflanzenmaterial auch selbst einmal in die Destille zu geben. Wenn ihr Experimente mit nicht ganz so alltäglichen Pflanzen einmal durchführt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir darüber in den Kommentaren berichtet. Ansonsten bleibt nur mehr, mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.